Ist es möglich, das Gesicht mit 100% perfekt nachzubauen? Das habe ich noch nie gesehen, aber wir werden das schaffen. In der ersten Runde tastet ihr uns zunächst langsam ran. Ist nicht das Gelbe vom Ei, aber das lässt sich durchaus sehen. Auf die Freundschaft! In der zweiten Runde haben die Augen ja mal gar keinen Bock. Mal gucken, wer hier mehr verkackt hat. Oh was? Ein Unentschieden! Es ist Zufall, ob Mario oder Bowser drankommt. Hauptsache eins von den beiden schaffen wir perfekt. Ich sehe da keinen Unterschied zum Original. Uuuuut 88% sind auch mega stabil. Ich bin gespannt, welches Gesicht wir zuerst schaffen. Boah, ganze 95%, da muss Mario sich ranhalten. Das lässt man sich nicht zweimal sagen und zack, perfekt. Das wird ja spannender als jeder Actionfilm. Und wir gehen direkt hinterher mit einem verdammt guten Versuch mit 99%! Oh mein Gott! Das lässt Bowser nicht auf sich sitzen und gibt Vollgas. Wenn das nicht wie Bowser aussieht, dann weiß ich auch nicht. Oh, wir haben 98%! Guns hat es aber noch nicht gereicht und ich kam bei beiden seit Stunden nicht weiter. Aber ratet mal, was dann passiert ist. Ich will in jedem Minispiel den Weltrekord holen, also abonniere gern rein, um das nicht zu verpassen. Wir platzieren das erste Auge, zack! Das zweite kommt direkt hinterher, bam! Und zum Abschluss ein perfekt platzierter Mund. Ohhhhhhh! Let's go! Ohhhhh! Ohhhhh!